Bei meinem monatlichen Wanderschaften durch die digitale Drogerie bin ich auf ein paar Produkte neulich mit euch gestoßen, die doch sehr, sehr spannend und ja, interessant aussahen. Und heute habe ich eine geheime Essence Lidschattenpalette, über die noch niemand gesprochen hat. Ich habe eine neue Mascara, die mich fix und fertig macht. Und wir haben vielleicht ein Dupe zu Hourglass. Falls ihr darauf Lust habt, würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dranbleibt. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und tüpfen direkt ins Video. Ich sehe ein bisschen blass heute aus. Ich habe heute aber probiert, ein No-Make-Up-Make-Up-Base-Ding zu machen. Ich weiß nicht, ob es mir so geglückt ist. Ich habe nämlich keine richtige Foundation benutzt, sondern nur dieses Kaviar-Zeugs von Chanel und Under-Eye-Corrector. Ich mag es ganz gerne für den Alltag. Falls ihr, vielleicht machen wir das mal, schreibt mir gerne, ob ihr darauf Lust habt, ein wirklich No-Make-Up-Make-Up zu machen. Also die Challenge für mich ist, so wenig Produkt wie möglich zu benutzen. Falls ihr darauf Lust habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Heute wollte ich aber mit euch wirklich über drei spannende Produkte sprechen, weil ich habe ja mit euch in einem der vergangenen Videos über Produkte gesprochen, die jetzt neu in der Drogerie sind. Und viele waren sehr überraschend, weil ich damit wirklich gar nicht gerechnet habe. Unter anderem diese drei Schätzchen hier. Und ich dachte, die kriegen nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Wir haben diese Palette von Revolution Pro. Wir wissen, Revolution ist mittlerweile bei uns allen, also bei vielen wirklich, da war ich überrascht, ja, nicht mehr so die beliebteste Marke-Tatsache. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das könnte vielleicht ein Dupe zu den Hourglass-Paletten sein. Die Palette hat drei Farben und ich finde, in der Kamera sehen sie echt schön aus. In echt sehen sie ein bisschen verunsichernd aus. Sehr, 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 sehr schimmerig. Packaging ist Gold, ist alles Kunststoff, fühlt sich auch recht leicht an. Revolution Pro ist aber nochmal eine Untermarke von Revolution gewesen, die den Fokus eher auf High-End-Look hat. Deswegen dachte ich mir, könnte das vielleicht ein Dupe sein. Und ich swatche euch einfach mal alle drei Farben. Wie gesagt, ich habe alle Produkte noch nicht benutzt. Und deswegen nehmen wir jetzt meinen Finger. Oh, krass. Fühlt sich sehr, sehr weich an. Ist ein sehr dunkler Highlighter. Auch sehr weich. Das ist eine spannende Farbe. Und ein Blush-Lighter, glaube ich. Oh ja, auch eine schöne Farbe. Also alle drei sehr, sehr schimmrig. Ich mag das ja ganz gerne, schimmende Blushes. Oh ja, das ist sehr spannend. Vielleicht kriege ich da ein bisschen mehr Leben wieder ins Gesicht. Ich fühle mich wirklich blass heute. Ich sehe ein bisschen kränklich aus. Deswegen nehmen wir jetzt einfach einen Powder-Brush. Das ist jetzt einer hier von Art Deco. Und ich gehe hier rein. Das ist ein gebackenes Produkt. Bei gebackenen Produkten empfehle ich euch immer wirklich auch einen Pinsel zu nehmen, der für Puderprodukte gemacht ist. Aber ganz, ganz wichtig. Entweder auf eine ungesettete Base oder am Ende mit Setting Spray arbeiten. Sie ist hier. Oh, wow. Okay. Das ist eine... Also man sieht definitiv den Schimmer, aber der hat keine groben Glitzerpartikel mit drin. Das ist ganz spannend zu sehen. Hier seht ihr, es ist alles so ein bisschen fahl. Ich gehe jetzt auch gleich hier mit dem Blush ein bisschen über meine Schläfe und unter den Augen lang mit dem Rest. Ich finde, das frischt das Gesicht immer noch ein bisschen auf. Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt mal in den anderen Ton mit rein. Der ist ein bisschen pinker. Und den setze ich mir hier weiter vorne hin. Auch eine schöne Farbe. Also der Schimmer ist bei dem einen... Also es ist bei beiden sehr dezent. Hier ist er etwas goldener. Hier ist er ein bisschen kühler. Komm her. Gebe Gas heute mal ein bisschen. Ich sehe so fahl aus. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich glaube, der dunkle Highlighter ist für mich ein bisschen zu dunkel. Ich kann mir vorstellen, dass man den gut so ein bisschen in die Augen einarbeiten kann oder in den Bronzer. Qualitativ, aber wirklich in Ordnung. Die Verpackung fühlt sich halt ein bisschen billig an. Das ist aber in Ordnung. Ist cruelty free und vegan. Ja. Also kann ich nicht sagen. Ist eine schöne Palette. Wer diesen glitzerigen Look oder diesen glowigen Look mag, könnte das eine Alternative wirklich zu diesen Hourglass Produkten sein. Weil die sind ja auch sehr reflektierend und farblich gehen die auch in die Richtung. Und gebackene Produkte sind qualitativ immer wirklich gut. Jetzt was aufregen, Freunde. Denn ich habe eine Palette gesehen, von der ich tatsache noch nichts gehört habe. Bei keiner Creatorin oder keinem Creator. Und das ist die Essence Watch Me Glow Lidschatten Palette. 28 Gramm. 28... 24 Farben sind hier mit drin. Alle in einem sehr schönen Farbschema. Ich zeige euch das hier mal. Das geht in die richtig schöne Frühlingsrichtung. So ein paar Farben kommen mir bekannt vor. Ich muss aber sagen, dass der Aufblick der Palette, also das nennt man, wenn man auch raufguckt und der erste Eindruck mich wirklich an die kommende Jahreszeit erinnert. Und ich dachte mir, wir probieren das Ganze mal aus. Das ist wieder ein Online-Exclusive. Ich habe sie in der Drogerie nicht gesehen. Also ihr werdet sie nur online finden. Entweder bei Essence selber oder, ich glaube, die habe ich jetzt bei Rossmann gekauft online. Sieht spannend aus. Und ich glaube, dass man da schöne Sachen draus machen kann. Wir werden heute wieder zwei verschiedene Looks schminken. Und ich würde vorschlagen, let's go, oder? Ich starte mit einem fluffigen Blendepinsel und wir machen einen sehr leichten Look. Und dafür gehe ich hier in diesen Orangeton rein. Eine Farbe ist so ein bisschen gebrochen, aber ist sehr pigmentiert am Pinsel zumindest schon. Und den stempele ich mir jetzt erstmal hier so ein bisschen in die Lidfalter. Kann ich mir auch sehr gut als Blush vorstellen, die Farbe. Ich liebe ja orangenen Blush und mag das eigentlich ganz gerne, wenn es ein bisschen was Frischeres ist. Ihr habt natürlich auch eine Farbauswahl für den Alltag mit dabei. Also so ein bisschen was Reduzierteres, ein bisschen was Blushiges. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich gehe auch gleich in diesen gelben Ton hier mit rein. Den will ich mir hier vorne nämlich hinblenden, dass ich so einen leichten Farbverlauf habe. Und damit gehe ich auch gleich hier außen hin. Okay. Ist Tatsache mal eine Farbe, die ich so auch, glaube ich, noch nicht habe oder kaum habe in Paletten. Finde ich, glaube ich, mal ganz spannend. Ich bin eh sehr gespannt, in welche Richtung dieses Jahr gehen wird. Warte, ich gehe gleich noch hier so ein bisschen rein und verdunkel mir das Ganze hier. Ich bin ja ein großer Freund von diesen frischen Farben für den Frühling. Und ich glaube auch, dass wir so langsam, aber das ist halt unsere Pflicht als YouTuber, so ein bisschen in die Richtung gehen sollten, wieder mal andere Farben zu benutzen. Wieder nicht immer dieses klassische Braun. Ich benutze das natürlich auch, weil das für viele für den Alltag, glaube ich, sehr gut ist. Aber ohne Lidschattenprimer auf meinem gesetteten Concealer haben beide Farben sehr gut performt. Und das ist bei Gelb und Orange meistens immer recht schwierig. Gefällt mir gut. Und ich nehme jetzt auch dieselbe Farbe und setze die mir direkt hier aufs bewegliche Lid und hätte im Prinzip schon einen schönen Frühlingslook. Finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mich da selber auch dran gewöhnen an diese Farben, weil das nicht die klassischen Farbkombinationen sind, die ich sonst benutzen würde. Aber es funktioniert sehr gut und man kann damit was Schönes machen. Und wenn ihr die nicht als Lidschatten benutzt und ihr vielleicht ein bisschen dunkler seid, habt ihr eine echt schöne Blushfarbe. Ich lasse den Look jetzt tatsächlich gerade mal so ein bisschen so. Ich nehme jetzt den Pinsel hier auf der anderen Seite und gehe in so einen Orangenschirm. Machen wir hier. Den setze ich mir hier einmal rauf. Nehme mal meinen Finger. Oh, sehr cremig. Ist auch nicht so ein Metallic, sondern eher so ein leichter Schimmereffekt. Finde ich süß. Und gefällt mir gut. Spannend, aufregend. Ich nehme jetzt den unteren Teil und verdunke mir das untere Lid auch nochmal. Ich finde es immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen schade, diese Online-Exclusive-Geschichten bei diesen großen Lidschattenpaletten. Da geht es aber, ich kann nicht euch ganz genau erklären, warum es ist. Es geht einfach um Platz. So eine Palette würde so viel Platz wegnehmen in der Theke, dass das wirklich einfach keinen Sinn macht. Und ihr seht es, es performt gut. Aber die meisten Leute in der Drogerie kaufen immer eher etwas Kleineres, Kompakteres, weil es da natürlich auch nicht so viel Platz wegnimmt. Und qualitativ für Orange und Gelb top. Hat ein bisschen Kickback. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt einen Lidschattenprimer benutzt hätte, wäre das Ganze noch krasser. Finde ich sehr, 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 sehr schön gerade. Ich wünschte mir noch ein etwas dunkleres Orange, um es vielleicht noch ein bisschen zu verdunkeln. Aber ich glaube, auch das ist dieses, das ist das Problem, was ich persönlich habe. Ich denke immer noch an meinen Looks, in diesen klassischen Hell-Mittel-Dunkel-Schimmer. So diese Vierer-Kombination. Das braucht man ja gar nicht. Ihr seht es ja. Ich habe es ja auch hier geschafft. Ich will jetzt noch ein bisschen diesen gelben Ton hier. Uh, krass. In die Mitte setzen. Und als Inner-Corner-Highlight einfach dahin. Krasser Look. Geht so ein bisschen in die 2018er-Richtungen. Mag ich sehr, sehr gerne gerade. Ich glaube, wir müssen doch nochmal einen klassischen Look schminken. Weil wir dann natürlich auch welche haben. Und nur wenn Gelb und Orange gut ist. Eigentlich ist es ein Indikator dafür, dass auch der Rest der Palette gut ist. Wir probieren es aus. Ich nehme einen fluffigen Pinsel und gehe in den Ton hier. Der sieht so ein bisschen aus wie einer aus meiner Palette. Und blende mir den direkt hier in die Lidfalter. Sehr, sehr schöner, cremiger Kamelton. Also der ist nicht cremig, ist ein Puderton, ne? Aber, wow. Essence. Wundern tut es mich nicht mehr. Das hatte ich ja euch schon ein paar Mal gesagt, dass ich mittlerweile der Meinung bin, dass eigentlich die Qualität in der Drogerie an einem Punkt angekommen ist, wo es aktuell preisleistungsmäßig einfach auch nicht besser werden kann. Und wenn Essence mittlerweile eine Formulierung hat, wo sie sagen, die ist gut, kannst du die ja auch reproduzieren auf andere Lidschatten. Und das ist eine schöne, leichte Farbe. Auch hier. Ich habe keinen Lidschattenprimer benutzt. Und... Hm. Das war doof von mir. Ich glaube, das war schon die dunkelste Farbe. Wir haben zwar noch die da unten, die benutzen wir auch gleich. Aber das ist eine schöne Palette. Das ist eine wirklich schöne Kollektion. Also eine schöne Auswahl. Hm. Ich blende nochmal so ein bisschen mit dem Ton hier aus. Der geht so ein bisschen in die Apricot-Richtung. Und tupfe den einfach hier oben so ein bisschen rüber, um noch ein bisschen mehr Farbverlauf zu haben. Auch das funktioniert sehr gut. Und wechsle den Pinsel nochmal. Und nehme mir den Laetitia und Maxim Pinsel Nummer 3 und gehe hier in den ganz, 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 ganz dunklen Ton. Der ist sehr pigmentiert am Pinsel schon. Und den tupfe ich mir hier außen hin. Äh, ich glaube, es war sogar zu viel. Den blende ich jetzt ganz leicht hier noch so ein bisschen außen ins V. Also schon da. Ich nehme den kleinen, nehme noch ein bisschen Farbe auf und kann das dann hier ein bisschen präziser in die Lidfalte bringen. Sehr pigmentiert. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich probiere jetzt mal mit dem Rest von diesem Gelb hier. Ich nehme ganz, ganz viel weg und blende hier nochmal aus, dass das ein bisschen mehr zur anderen Seite passt. Aber ich glaube, ihr seht, die Farbe performt sehr gut, hält gut und sieht natürlich aus. Und ich nehme jetzt auch gleich meinen Finger und hüpfe direkt hier in dieses Gold rein. Auch extrem cremig. Gehe nochmal ein bisschen präziser hier vorne lang. Seid ihr überrascht? Aber ich bin es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe die gesehen und dachte, könnte ein bisschen pastellig sein. Aber hat gut funktioniert. Und deswegen gehe ich jetzt auch gleich mit dem dunklen Ton hier außen hin, blende vorne ein bisschen was Helleres mit rein, dass wir auch die nochmal benutzt haben. Und nehme diesen pinken Ton als Inner Corner Highlight. Fabulous, Hullies. Hier könnte ich mir eine schöne dicke Lash vorstellen. Hier habe ich extra auch eine helleren gemacht, denn wir haben noch was. Aber ganz kurz zusammengefasst, wirklich eine gute Palette mit etwas tragbareren, bunteren Farben. Also wir haben jetzt hier nicht lila, rot, grün, gelb, blau, sondern das ist eine schöne Palette, um frühlingshafte Akzente zu setzen. Und selbst wenn das euch zu viel ist für den Alltag, dann könnt ihr trotzdem mit dem grün, dem gelb und dem orange bei diesen klassischen Looks ein Inner Corner Highlight setzen. Also hier könnte ich jetzt alle Farben hinsetzen und hätte so ein Pop-Off-Color, den man vielleicht ans Outfit, an die Schuhe, an die Tasche, an euer Auto, je nachdem, woran ihr euer Make-up anpasst, anpassen. Sehr große Empfehlung für das Geld. Eine Sache habe ich aber noch, die mich so ein bisschen verunsichert, und das ist diese Mascara. Die hatte ich euch neulich gezeigt, beim Online-Haul, glaube ich. Und das ist die Telescopic Lift Mascara von L'Oreal. Schaut euch mal das Bürstchen an. Das habe ich so in der Art noch nicht gesehen. Es erinnert mich so ein bisschen an das Bürstchen von Fenty, wobei das wesentlich dicker ist. Also das ist ja wirklich hauchdünn, hat auf der einen Seite gar keine Loppen, nur auf der einen Seite. Und deswegen probieren wir das jetzt mal. Also, okay. Das erinnert mich so ein bisschen an diese dicken... Wir hatten ein Mädchen bei uns in der Klasse, das hat sich nie abgeschminkt und hat einfach jeden Tag immer mehr raufgemacht. Aber in schön. Also das macht sehr dicke, volle Wimpern, weil du sehr präzise mit diesen Bürstchen arbeiten kannst. Du kommst hier vorne gut hin. Und vor allen Dingen für unten finde ich die toll. Weil da habe ich meistens Probleme, dass ich mich komplett ansauere. Deswegen mache ich es meistens nicht. Extremeffekt. Macht nicht so lang. Wobei, sie macht schon lange Wimpern. Also wenn ich direkt mal im Vergleich schaue, ist das schon gut. Man muss sich, glaube ich, so ein bisschen an dieses Bürstchen gewöhnen. Oh doch, wartet mal. Jetzt habe ich ja nicht mehr ein neues Produkt aufgenommen, sondern bin direkt auf die andere Seite gegangen. Und du kannst schon mit den Bürstchen sehr präzise Wimpern trennen. Also das macht es auf jeden Fall. Sie macht halt tiefschwarz und recht intensive Lashes. Also das ist keine No-Make-up-Mascara. Und jetzt habe ich geschmiert. Alright, ich habe mal eine ganz spannende Lippe gemacht. Ich finde, die passt ganz gut zu diesem Look. Und jetzt gebleachte Augenbrauen oder mit Concealer einfach. Oh, ist schon krass. Also Mascara ist meins, nicht persönlich. Ich mag wirklich dieses ganz, 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 ganz Zarte. Nur so ein... Als wäre eine Fee mit einem kleinen Mascara-Bürstchen da lang geruscht und hätte die Wimpern nur ganz kurz berührt. Macht aber krasse Wimpern jetzt auf den ersten Eindruck. Trocknet auch recht schnell an. Lidschattenpalette 1A. Also für den Preis die Auswahl an Farben und die Menge an Farben eine große Empfehlung. Und auch die Blushpalette finde ich gar nicht schlecht. Ihr müsst das halt mögen. Dieses extreme, schimmrige, leuchtende. Ich mag das sehr gerne und ich würde das auch definitiv weiter benutzen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesen drei Produkten sagt. Ich glaube, dass das für die ein oder andere ganz spannend sein könnte. Es ist bestimmt was für euch dabei. Ich schaue mal, ob ich die Produkte für euch verlinkt kriege. Dann setze ich sie euch unten mit in die Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ihr Süßmäuse habt ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.